Im Basismodul erfahren Elektrikerinnen und Elektriker alles zu Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme der Key-Contact Wallboxen von KEBA. Neben den allgemeinen Do's and Don'ts bei der Montage geben wir im Basismodul auch einen Überblick zu den Möglichkeiten bei den Deep-Switch-Einstellungen. Außerdem lernen Elektrikerinnen und Elektriker, wie sie ins Webinterface einsteigen und welche Konfigurationsmöglichkeiten sie dort haben. Ebenfalls angesprochen werden Features wie Ladeverbund und Lastmanagement, RFID-Kartenregistrierung, potenzialfreie Schalt-Ein- und Ausgänge, sowie gängige Statusmeldungen und grundsätzliche Fehlerdiagnose. die Lichtse verfolgt, wie die Lichtse mit einem Einfraumschhalt zu kommen. But, mens die Lichtse verfolgt wird,